Am 25. Mai ist es endlich soweit und nach einer ewig langen Entwicklungszeit und etlichen Verschiebungen erscheint Biomutant. Das Open-World-Action-Rollenspiel von THQ Nordic geht dabei einen etwas anderen Weg als einige andere Spiele und präsentiert uns nicht den Stereotypen muskelbepackten Superhelden, sondern ein waschbärähnliches Geschöpf, das in einer Welt voller mutierter Tiere unterwegs ist. Das Ganze sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und vor allen Dingen auch mal ein bisschen innovativ, da man eben auf eine komplett andere Welt setzt als viele andere Open-World-Spiele. Allerdings hat man bisher nicht allzu viel von dem Spiel gesehen. Es gab den einen oder anderen Trailer, der die Welt präsentiert hat bzw. das Kampfsystem, aber insbesondere zur Charaktererstellung, den Klassen, den Mutationen etc. gab es bisher so gut wie gar nichts zu sehen. Bis jetzt, denn in der neuesten Ausgabe der Famizo, einer japanischen Videospielezeitschrift, wird uns die komplette Erstellung eines neuen Charakters im Detail gezeigt und es gibt auch Details zu Klassen, Rassen und was eben diese Mutationen bewirken können. Also wenn ihr Bock auf Content zu Biomutant habt, dann bleibt super gerne mit einem Abo dabei und alles, was ihr zu Klassen, Rassen und Mutationen wissen müsst, erzähle ich euch jetzt. Bereits seit einiger Zeit ist ja schon bekannt, dass die Entscheidungen, die ihr während der Charaktererstellung trefft, euer Aussehen stark beeinflussen. Und das sieht man eben auch ganz klar in dem Bericht von Famizo. Bei der Charaktererstellung in Biomutant beginnt ihr mit der Auswahl eurer Rasse. Es stehen dabei sechs verschiedene Rassen zur Auswahl und jeder hat dabei unterschiedliche Startstatistiken. Der Primal bietet dabei ein ausgewogenes Verhältnis von hoher Beweglichkeit und geringer Intelligenz, sodass er wahrscheinlich eher weniger gut dazu geeignet ist, die Mana-ähnlichen Kräfte zu manipulieren. Der Demdron hingegen hat eine hohe Stärke und ist deshalb gut für Nahkämpfe geeignet. Sowohl der Rects als auch der Phil haben eine hohe Intelligenz, womit sie dann wiederum für diese Mana-ähnlichen Geschichten gut geeignet sind, bieten dabei aber unterschiedliche physische Werte an. Der Hyra hat sowohl eine hohe Widerstandskraft als auch eine hohe Belastbarkeit. Alle anderen Werte sind dafür beim Hyra eher niedrig. Und der Margell kommt am Ende daher mit einer ausgewogenen Reihe von Statistiken mit dem Schwerpunkt auf Charisma und Verhandlungsfähigkeit. Bei diesen ganzen Begrifflichkeiten der Rassen etc. sollte man daran denken, dass die natürlich in der deutschen Version alle noch ein bisschen anders heißen können. Das Ganze ist jetzt von thegamer.com eben aus dem japanischen von dem Famitsu Magazin eben übersetzt worden. Von daher können diese ganzen Begrifflichkeiten in der deutschen Version natürlich noch abweichen. Nach der Wahl der Rasse folgen die Mutationen, die sich dann auch wieder dramatisch auf eure Statistiken und vor allen Dingen auf euer Aussehen auswirken können. Auf Konsole könnt ihr dann mit dem linken Stick auswählen, welche Statistiken vor allen anderen hervorgehoben werden sollen. Wenn man sich zum Beispiel für Intelligenz entscheidet, erhält man dadurch einen größeren Kopf. Ist ja klar, mehr Intelligenz, größeres Hören, größerer Kopf. Entscheidet ihr euch hingegen für Beweglichkeit, wird euer Charakter dadurch natürlich geschmeidiger. Auf jeden Fall eine ganz interessante Sache, weil sich so eben die Statistiken, die ihr wählt, tatsächlich auch sinnhaft in eurem Aussehen widerspiegeln. Als nächstes kommt dann ein Stat, den Famitsu als Toleranz bezeichnet. Man könnte das Ganze aber besser vielleicht als Widerstand übersetzen. Man kann da nämlich zwischen vier verschiedenen Elementarschadensresistenzen wählen, darunter Hitze, Kälte, Radioaktivität und Toxizität. Dies ändert dann nichts an der eigentlichen Erscheinung eures Charakters, allerdings wird die Farbe eures rechten Armbands an die gewählte Schadensresistenz angepasst. Als nächstes könnt ihr dann noch Pelzmuster und Farbe bestimmen. Und das ist auch der einzige Schritt, der scheinbar nur kosmetisch zu sein scheint und nichts an den Statistiken und Fähigkeiten ändert. Zu guter Letzt entscheiden wir uns dann noch für eine Klasse. Und die bestimmt dann eben auch euer Startloadout und die Fähigkeiten des Charakters. Die Dead Eye Klasse hat dabei eine Pistole und ein Schwert und zwei Fähigkeiten, die die Fernkampfangriffe verbessern. Der Kommando hingegen startet mit einem Sturmgewehr und einer Fähigkeit, die den Nahkampfschaden verbessert, wenn die Gesundheit unter 20% liegt. Psy Freaks, das Psy ist dabei übrigens quasi mit Mana zu vergleichen, können sogenannte Spark Balls abfeuern und haben dabei von Haus aus die Energierückgewinnung erhöht. Der Saboteur kann in jeder Hand eine Einhandwaffe führen, also quasi Dual Wield durchführen und scheint dabei sozusagen einen Schurken darzustellen. Die Letzte Klasse im Bunde ist dann der Sentinel. Dieser hat eine um 10% erhöhte Basisrüstung und, und jetzt wird es ein bisschen schräg, ist mit einem Regenschirm bewaffnet. Auf jeden Fall sieht das Ganze auf dem Screenshot so aus. Man kann es ein bisschen schwer erkennen, könnte auch eine Art Speer sein. Allerdings fände ich es persönlich viel witziger, wenn es tatsächlich ein Regenschirm wäre. Nicht unerwähnt bleiben sollte dann noch die letzte Klasse, nämlich der Mercenary. Das ist eine Pre-Order-Klasse, also wenn ihr das Spiel vorbestellt, dann bekommt ihr auch den Mercenary dazu. Dieser ist ebenfalls mit Dual Wield ausgestattet, also kann quasi Waffen beidhändig führen und kommt mit einem Katana und einem Wakisashi. Um diese Klasse zu erhalten, muss man aber wie gesagt Biomutant vor dem 25. Mai kaufen, also eben vorbestellen. Alles in allem kann man auf jeden Fall schon anhand der Charaktererstellung sehen, wie verrückt das ganze Spiel werden wird. Und mir persönlich passt das Ganze eigentlich sehr gut, eben weil es sich von den typisch Stereotyp festgefahrenen Faden entfernt und uns eine scheinbar doch recht erfrischende Open World bietet mit verrückten Charakteren. Ich habe auf jeden Fall mega Bock auf das Ganze. Und wenn ihr Bock auf Biomutant habt, dann würde ich euch nochmal empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren, denn auch in Zukunft wird es hier alles zu Biomutant geben. Was ist eure Meinung dazu? Findet ihr das Ganze zu abgefahren oder habt ihr auch Bock auf Biomutant? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert einfach diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Biomutant versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Ich schaff dich mir mit denen.